metal leute servus und herzlich willkommen hier zu einem neuen video ich vermute mal ihr schaut gerade noch dass das video von heute dass das let's play the mic for reloaded ja und falls ihr irgendwelche geräusche hört also ich mache mir heute sandwitches und ja meine sandwitches sind ein bisschen eigenwillig und es ist ist mein rezept das habe ich vor vor vielen minuten habe ich das entwickelt damals gab es halt wirklich nur eine sache die ich kann man gemacht habe da habe ich den drachen immer geguckt und ja da ist das rezept dann nicht stand das habe ich also eines tages eine minute lang als ich das mal geguckt habe habe ich das gesehen und also und ich habe mir gedacht ja hast du mal hunger und wenn auch mit dem kumpel also mit meiner zweiten zufrieden persönlichkeit darüber geredet und ja ich habe auch damals habe ich mir auch ein sandwich maker gekauft da war ganz besonders für mich da waren moment da muss ich also man war mein herz war mein herz wirklich das war der hammer und ja daraus ist das rezept und entstand es hat ziemlich ungewöhnlich und aufwendig und gibt es halt so auch noch nicht auf youtube und ja für das rezept also braucht ihr halt ein brot und auf das sandwich macht ihr dann erdnussbutter am besten welche ohne stücke weil das ohne stücke halt ohne stücke ist und dann mache ich das ätzler hier drauf mache ich auch jetzt auf weil ich sonst nicht so viel erdnussbutter esse dann nimmt ihr halt ein messer müsst ihr aufpassen mit einem buttermesser da kann man sich leicht schneiden wenn man irgendwie so papierhaut hat da kann man sich auch mit einem buttermesser halt mal leicht schneiden also für kinder würde ich das jetzt nicht empfehlen wenn er ätzler die butter die erdnussbutter drauf gemacht habt dann macht ihr den den schinken auf das ist dann ganz normaler kochschinken den ihr da verwendet den macht ihr auf an der ecke ist das das ist ein sehr komplizierter verschluss kann nicht jeder das ist fast zu schwer das geheimnis wie ein bh verschluss zu öffnen so dann nimmt er halt die scheibe und legt ihr auf die erdnussbutter drauf und macht dann nimmt dann nimmt ihr hamburger soße und öffnet die ich jetzt normalerweise nicht so viel hamburger soße weil ich nie hamburger esse macht ihr dann guten klecks drauf ihr könnt ihr jetzt auch mit dem messer jetzt verschmieren bisschen wenn ihr wollt ich mache das jetzt nicht weil ich das messer auf die erdnussbutter benutze dann kommt wirklich das ding was auch sonst keiner macht dann nimmt ihr nämlich einen käse und der käse ich habe jetzt jetzt chester käse man kann auch mozzarella oder gouda drauf machen tut den da drauf und nimmt dann die zweite scheibe von dem von dem brot noch mal die obere und macht dann noch mal ein bisschen erdnussbutter drauf damit das ganze auch natürlich für die abend zwei stunden viel kalorien hat das ist jetzt nicht mit viel kalorien ich habe die ja früher habe ich die ja jeden tag gegessen jetzt ja nicht mehr wir wollen ja auch ätter die die zähne rausgeschlagen danke aiblali dafür noch mal und da macht ihr das brot darauf und jetzt habt da zwei möglichkeiten weil ihr seht hier dass die wurst größer als sie könnte jetzt abschneiden oder es auch sein lassen ist mir scheiß egal wie er das macht und dann macht ihr den sandwich maker an dann ist es jetzt wichtig ob ihr den sandwich maker habt der einen schalter hat oder nicht ich habe es leider kein mit schalter ich habe nur mit stecker und dann müsst ihr müssen wir halt jetzt hier warten wenn er mit mit stecker habt und ohne schalter dann würde ich empfehlen kauft euch eine steckdosenleiste mit schalter die könnte dann nämlich immer und an und ausschalten ich habe jetzt eine mit schalter die kann ich aber nicht nutzen weil da mein handy dran ist und da kann ich das natürlich nicht an und ausschalten jetzt müssen wir hier warten ob das bis das sandwich fertig ist beim drachen wäre das video jetzt vorbei bei mir seht ihr noch special content wie ich darauf warte dass das sandwich halt fertig wird kann man halt auch noch darüber reden also danke für diese idee bist halt schuld ne also geht nicht bei mir in die kommentare und schreibt koch wann war sondern geht bei mir in die kommentare und schreibt bitte ideen wann war oder ideen blali und ja wann ist das denn mal fertig das sandwich das dauert mir jetzt lange mensch also ein tag heute auch falls sie im hintergrund was hört das ist wasserhahn ich glaube aber jetzt jetzt hört es auch zwischen den sandwich maker falls sie so ein gerät besitzt wenn ich also es ist halt in meiner kindheit ist das schon immer was besonderes gewesen seitdem ich das video gesehen habe und man hört es jetzt schon zwischen ich glaube das sind die kalorien die gerade verbrennen das ist auch ganz wichtig wenn ihr das sandwich macht und dem maker dann verbrennt da schon die kalorien ihr könnt das also gedankenlos essen ihr werdet ja nicht fett davon weil die kalorien sind ja schon verbrannt das ist drache hat das wohl damals herausgefunden und das muss stimmen weiß man ja muss stimmen muss man wissen aber ist das denn jetzt fertig ich habe keine lust länger zu warten ja das ist sieht aus als wäre das scheiße also ist es fertig jetzt müsste hier müssen wir das rausholen das ist auch der grund weshalb ich keine kratzer im gerät habe weil ich das immer mit einem scheiß messer finger normalerweise raus hole und ja dann seht ihr hier das fertige sandwich wir können das jetzt in der mitte durchschneiden wenn ich auf meine schichtarbeit als selbstständige schicht arbeit geben geben müsste ja schreibt es doch mal in die kommentare habt ihr das rezept ausprobiert hat es euch geschmeckt da ich vermute dass es euch nicht geschmeckt hat ne gebe ich euch jetzt hier noch ein profi tipp ihr könnt das ganze rezept auch noch garnieren und das dann auch noch öko machen dann legt ihr hier so ein blatt basilikum draus das sieht aus als wäre verschimmelt ist es vielleicht auch und denkt daran der medal soll einen nicht teilen die